Moin Leute und Willkommen zum zweiten Zockerwochenende hier auf meinem Kanal für alle Neuabonnenten die jetzt nicht wissen was das Zockerwochenende ist hier mal eine kleine Erklärung Am Zockerwochenende ist das Wochenende wo ich noch mehr Zeit mit euch verbringe als ich eigentlich ja eh schon mache aber es ist halt so ich habe extra für diese Wochenenden ein Skype-Account eingerichtet wo ihr mich alle adden dürft und wir ein ganzes Wochenende gemeinsam zocken Macht Sinn oder? Einen festen Beginntermin hat dieses Wochenende nicht ich gehe davon aus dass ich erst Samstag anfangen kann das weiß ich aber nicht Wann ich on bin und zu welchen Zeiten wisst ihr ja wenn ihr mich bei Skype geadet habt durch das Online Symbol Ansonsten warten ich kann auch nicht immer ich hab so ein Privatleben und so da muss ich ab und zu aber ich versuche auf jeden Fall nur noch vorm PC zu sitzen und zu suchten So was wird am Zockerwochenende gespielt das ist euch überlassen beziehungsweise das werde ich spontan entscheiden Vielleicht habt ihr ja Bock auf Black Ops bei Zombies paar Zombies metzeln 100 Runden keine Ahnung wie viele man das schafft Oder wir spielen eine Runde Titanfall wobei ich hier sagen muss dass ich mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen habe Das Spiel läuft sehr sehr unsauber ruckelt wie die Sau Muss ich mal gucken ob mein Rechner einfach nur langsam abnippelt aber Battlefield 3 auf Max Settings mit 64 Leuten schafft er auch Also ich weiß ja nicht Auf jeden Fall sind sehr sehr viele Spiele parat wir können von Battlefield ein bisschen zu Torchlight zu Black Ops, Zombies, Titanfall Alles erdenkliche zocken egal was wenn ihr jetzt alle bei mir zum Beispiel der Konfitrieren seid kann man ja einen Vorschlag eben in den Raum pusten und äh dann orientiert man sich ja wer hat Bock auf das wer nicht und mal gucken was sich dabei so ergibt Also die Skype Confit kann nicht wirklich äh da kann jeder eben eine Anfrage schicken jeder kann mit in so eine Confit rein Ihr müsst nicht unbedingt äh Headset technisch dabei sein oder mitsprechen Äh wenn ihr aber ein Headset anmacht muss es bitte aber ein vernünftiges sein Zurückkopplung und äh unverständliches Rauschen ist halt doof weil wir werden natürlich auch also ich werde gelegentlich einfach mal auf die Aufnahmetaste drücken Und mal so ein bisschen was aufnehmen Habe ich damals schon gemacht nur leider War Planet 2 2 halt nicht so wirklich Interessant gut da hatte ich ein Free 360 Grad No Scope Sniper Kill aber das war auch eher mehr Lack und äh Ich habe vergessen dass das halt so geil war und habe Versehlich die Aufnahme gelöscht das Das war doof Also wer Bock hat dieses Wochenende mit Mir und Dustin und Mit anderen Abonnenten und Schlag mich tot Zu zocken mal so richtig Sau raus zu lassen Edit einfach Den Skype Account den ihr in der Beschreibung findet Das könnt ihr sogar jetzt schon machen Vielleicht werde ich ab und zu mal kurz online gehen und Eure Freundschaftsanfragen annehmen Ich muss aber darauf hinweisen dass Wir auch wirklich erst ab Freitag Beziehungsweise Samstag Dann auch wirklich mit dem Zocker Wochenende anfangen Also bis dahin werde ich auf dem Account Nicht aktiv sein und nach Diesem Wochenende Sollte von euch nicht einer Der absolute Babo sein Ich finde ich total cool und persönlich Werde ich auch alle wieder aus der Liste löschen Damit das irgendwann wieder neue reboot werden kann Weil sonst sind da irgendwann zu viele Leute drin Aber ich schätze mal das könnt ihr nachvollziehen Das wärs dann soweit von mir Das Zocker Wochenende startet wie gesagt Am Freitag spätestens Samstag Wer Bock hat kann den Skype Account adden Wer nicht muss aber auch nicht Das war's dann soweit von mir und ich Freu mich auf euch